Novena zum Segensfacher vom Allgäu, Augustinus Sieber, siebter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Lieber guter Pfarrer Hieber, du hast während deiner Zeit als Seesorger vielen Menschen helfen dürfen. Schau jetzt auf mich und mein gegenwärtiges Anliegen, Anliegen nennen. Bitte bei Gott für mich, dass ich von allen Bösen, von Krankheiten, allen falschen Bindungen und Verstrickungen befreit werde und bewahrt bleibe. Hilf mir zur Versöhnung mit Gott und mit allen Menschen, um eine neue Zeit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzuleiten. Segenspfarrer Hieber, hilf, begleite und segne mich und meine Familie. Pfarrer Hieber, bitte für uns. Amen. Ich bitte dich um deine Fürsprache, Gott, der Herr, segne und heile mich und all jene Menschen, die an Körper, Geist oder Seele erkrankten. Er lasse mich die Hilfe, deine Segenskraft spüren. Er bitte allen Priestern Segenskraft, die uns unser Herr Jesus Christus auch heute schenkt. Pfarrer Hieber, hilf mir bei meinem Beten. Amen. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich segnet, befreit und heimacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebeschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schlussgebet Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Diener, Pfarrer Augustinus Hieber, zum guten Hirten für deine Härte bestellt und ihn mit großen Gnadengaben beschenkt. Ich bitte dich, erhöre mich auf seine Fürbitte und schenke mir die erbietende Hilfe in meinem gegenwärtigen Anliegen. Ich berufe mich dabei auf das Heilige Evangelium, in dem es heißt, alles, um was er in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Johannes 14,13 Alles für dich, alles mit dir, dein Wille geschehen. Lob und Dank, Preis und Anbetung sei dir Gott, dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, in aller Ewigkeit. Amen. Gebet um Seelessprechung für jeden Tag. Guter Gott, ich danke dir für die großen Gnadengaben, die du, Pfarrer Augustinus Hieber, geschenkt hast. Auch nach seinem Tod hast du unzählige Menschen die Kraft seiner Fürbitte erfahren lassen, indem du ihnen in ihren zahlreichen Anliegen und Nöten geholfen hast. Ich bitte dich durch deine unergründliche Liebe zu uns Menschen, um zahlreiche Priesterberufungen und um die Seelessprechung unseres guten Segensfachers vom Allgäu. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderliebe. Uns allen deinem Segen gebe. Amen.